Sie haben es geschafft, Peer. Weltmeister. Deutschland ist Weltmeister. 2023. Ich finde den Zusatz im Basketball noch so bizarr. Der ist komisch. Wir sind einfach Basketball-Weltmeister. Und wie? Ich muss mich gerade so zusammenreißen, dass ich einigermaßen hier Fragen herausbekommen habe. Oder anders. Nicht wie, sondern erst mal, was ist das für eine Mannschaft, die heute dieses Ding hier gezogen hat. Was sind die durch dieses Turnier gegangen? Was hatten die alles für Widerstände? Auch heute wieder. Verdienter kann man kein Weltmeister sein, oder? Nein, man kann nicht verdienter Weltmeister sein. Es hat ja jetzt auch irgendwie so ein bisschen was Albernes hier zu stehen. Wir erzählen jetzt irgendwas nachher. Wir haben jetzt schon Dennis gehört. Wir haben so tolle Stimmen irgendwie angefangen. Ja, also ich würde jetzt mal was reinwerfen. Ich habe gestern ein Zitat gehört, das hat mir sehr gut gefallen, von einem Menschen, der auch mit dem Erfolg hier zu tun hat. Der sicherlich den Magenta-Zuschauer in den letzten Wochen ans Herz gewachsen ist mit seinen humorvollen und spritzigen Interviews, Klaus Pervas. Der wohl gestern bei einem Tisch gesagt hat, ich scheiße auf die Medaille, die kann ich mir auch beim Spied holen. Mir geht es tatsächlich nur darum, dass wir zwölf geile Jungs haben und die wirklich an was Großes glauben und ich will, dass die das umgesetzt kriegen. Und das, da ist wirklich so viel dran. Guck mal, wir sind jetzt Weltmeister, jetzt ist es auch Zeit für pathetische Aussagen, für die ich mich morgen schäme. Aber so im Großen und Ganzen, ich bin ja jemand, der sehr viel so Profisport verfolgt, der das selber betrieben hat. Es gibt es schon ein Bedürfnis. Es geht so viel um Geld und es wird alles viel komplizierter. Und es wird immer fragwürdiger, wo das Geld denn herkommt und die Schere wird immer, es fühlt sich alles immer perverse an. Da ist schon ein Bedürfnis in mir persönlich nach was uneingeschränkt Echtem, was nach uneingeschränkt sportlich Schöner, einer schöner Geschichte. Und diese Mannschaft ist einfach, das ist, also das geht ja, die Geschichte geht letztes Jahr los. Im Sommermärchen, du overachievst, du sorgst für so viel Euphorie, du bist zehn vorne gegen die Spanier und du gewinnst das Spiel nicht. Du holst irgendwie die Medaille und ein Jahr lang gefühlt brodelt es in dieser Mannschaft, hier wieder anzutreten. Und du spürst das bei der ersten Minute, du bist verstärkt, du hast noch zwei an Bord, die letztes Jahr nicht dabei sein konnten. Und dann spielst du so eine Vorbereitung und du kriegst den ersten Schlag in die Magengrube mit Franz Verletzung. Und es sorgt dafür, dass du zusammenkommst als Mannschaft und du schlägst die Australier mit heroischen Leistungen und du gewinnst Spiele mit deiner Bank. Und dann gibt es irgendwie so kleine, da gibt es wieder sowas, dann gibt es eine Auszeit und alle haben Schiss, dass jetzt irgendwie das Ende ist. Oder es gibt irgendwie eine Rabenschwarze Nacht von unserem Helden und die Mannschaft überlebt auch das. Und dann schlagen wir die Amis und dann schlagen wir die Serben hier im Finale. Und Dennis Schröder krönt seine Karriere mit einem Move, den er, was ich mit zwölf irgendwie gemacht habe, seinen Rechtskorbleger. Rechtskorbleger spielt vorbei. In der Mannschaft sind Brüder, in der Mannschaft sind alte Weggefährten, in der Mannschaft sind Freunde, die haben zusammen in den Teenagerjahren gespielt. Das ist wichtig, ab und zu immer mal wieder sowas auch zu erleben. Sportromantik, das fehlt hier und da. Geoff Hochmann hat gerade gesagt, er hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie das Spiel verlieren können. Du auch? Na ja gut, also ich muss zugeben, bei Guduric Strayer ganz nackt aus der Ecke bei 3 tief und er hätte ihn sehr entspannt, er hätte ihn nicht gestresst geworfen. Dann hätte ich nicht unbedingt, das hätte ich mir jetzt nicht gewünscht, aber er hat mir Sorgen gemacht, aber wie gesagt, es ehrt ihn sehr und man hat es ihn tatsächlich dann auch angesehen. Also gerade Joe, was hat Joe für ein Spiel gemacht, aber jetzt Einzelne will ich gar nicht mehr, das ist einfach so unfassbar. Unfassbare Okinawa-Manila-Experience und jetzt dürfen die Jungs hier in Manila abreißen und hoffentlich, aber ziemlich sicher eine weltmeisterwürdige Party hinlegen. Da gibt es den ein oder anderen Team, der das hinkriegt. Das hat Spaß gemacht. Vielen Dank, wollen wir uns bei unseren Arbeitgeben bedanken, weil es war ja nicht so einfach, das hier auf die Beine zu stellen. Macht man das oder ist das schlecht, das Deal? Das können wir jetzt als Weltmeister übertragen. Vielen Dank, dass dieses tolle Team hier dabei sein durfte. Das war eine große Erfahrung für uns alle, glaube ich. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Vom gesamten Team herzlichste Grüße hier aus Manila. Tschüss.